Ich lese von einem Esel und einem Pferd, einem Ritter und seinem Knappen. Das Buch heißt... Doch, nicht erschaffen. Sagt mal, ihr zwei. Was wird denn dann aus euch, wenn Papa ins Heim kommt? Wir müssen weg! Noch heute Nacht! Wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Wir müssen weg, 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 wir müssen weg. Und jetzt verspindert! Bra! Super Idee abgehauen! Da lang! Hab keinen Sinn! Hab keinen Sinn! Hab keinen Sinn! Hab keinen Sinn! Es wird alles sein! So schwer Zeit zu erlitten! Du musst einmal, warum, das wird nicht lecker sein! Okay, ich will kein Salami werden! Wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Deshalb muss er abhauen, der Ritter. Ja, Sie sind ja der Experte. Wenn ich nur das tue! Wenn das keine Erste tun, nennt sich nur so! Ich bin ein Pferd! Ich bin schön! Ich bin wild! Ich bin frei! Ich bin frei! Ich bin frei! Ein Tag haben wir noch in die Luft! Ich bin cool! Ich bin frei!